Wie finden Sie es eigentlich, wenn jemand Witze über Gott oder Jesus macht? Das ist keine ganz einfache Frage. Die ist auch durchaus ernst zu nehmen. Witze machen über Gott, Witze machen über, da ist man ja sowieso sehr vorsichtig geworden, auch bei vielen anderen Dingen. Und es ist die Frage, was meint man mit einem Witz? Es gibt gute Witze und es gibt auch andere. Ich kann mich erinnern, bei einem Nachbarschaftsfest, wo wir in einer Scheune zusammensaßen, hörte ich plötzlich, wie rechts von mir einer meiner Nachbarn sagte, ich wüsste da einen Witz, aber den kann ich ja jetzt nicht erzählen. Und dann guckte er so ein bisschen in meine Richtung. Und ich habe darauf reagiert und habe gesagt, wenn Sie den jetzt nicht erzählen können, und wenn ich dabei bin, dann taucht da wahrscheinlich nichts und Sie können ihn auch eigentlich nachher nicht erzählen. Naja, dann war das Gelächter groß und irgendwie musste er sagen, das war logisch ausgehebelt, also hat er seinen Witz erzählt. Naja, und er war nicht so gut, dass ich ihn heute noch wüsste, aber er war auch nicht so schlecht, dass ich jetzt von der Bank gefallen wäre. Aber so ist das mit guten und schlechten Witzen. Wenn man etwas schlecht macht im Witz, wenn man etwas, ja wie soll ich sagen, missachtet darin, dann ist das nicht gut. Wenn man etwas ein bisschen auf die Schippe nimmt und wenn man vielleicht eine kleine Spitze loslässt, dann kann das sehr witzig sein. Und insofern mag ich durchaus auch manche Witze über Gott, über Jesus, über die Kirche. Und ich glaube, dass Gott selber genug Humor hat, um mitzulachen. Schaut euch doch diese Welt an. Oder die Menschen. Ich glaube, wenn man da keinen Humor hätte, das würde man gar nicht aushalten. Ich glaube, es würde man gar nicht aushalten.